Willkommen zur Verwendung des Fernröntgenmoduls mit dem CS9600. Dieser aufgezeichnete Einstiegskurs richtet sich an klinische Teammitglieder und veranschaulicht, wie Aufnahmen mit dem Fernröntgenmodul des CS9600 gemacht werden. Touchscreen-Bedienfeld – Übersicht Touchscreen-Bedienfeld – Beim Bedienfeld handelt es sich um eine digitale Soft-Touch-Konsole. Mit ihr kann direkt mit dem Gerät interagiert werden, um Fernröntgenfunktionen auszuführen. Im Programmfenster und im Vorschaubildschirm wird die Auswahl der Programme angezeigt, die für verschiedene radiologische Untersuchungen anhand des Gerätepaketplans zur Verfügung stehen. Der Patiententyp lautet Kind, Erwachsener, Klein, Mittel, Groß. Durch Auswahl des Patiententyps wird die Kilovolt- bzw. Milliampere-Ausgabe automatisch angepasst. Hier antippen, um die Erfassungsoberfläche zu verlassen. Bedienfeld für die Röntgenparameter – Diese Option ermöglicht dem Behandler die Auswahl und Speicherung von Röntgenparametern für die Erfassung der Röntgenaufnahme. Bildgebungsmodus Der Bildgebungsmodus ermöglicht es dem Behandler, vor der Durchführung einer Untersuchung die gewünschte Auflösung auszuwählen. Schnell oder hohe Auflösung Patienteneingabe Öffnet den Patienteneingabemodus Demo Ermöglicht einem Patienten, die Aufnahmeverfahren ohne Röntgenstrahlen zu demonstrieren. Taste zur raschen Höhenverstellung Zur raschen Anpassung der Gerätehöhe auf die Körpergröße des Patienten, nach oben oder unten drücken und gedrückt halten. Taste zur langsamen Höhenverstellung Zur langsamen Anpassung der Gerätehöhe auf die Größe des Patienten, insbesondere zur endgültigen Einstellung, nach oben oder unten drücken und gedrückt halten. Patientendatenverlauf Wenn ein Patient bereits früher untersucht wurde, erkennt das Gerät dies anhand des Datenverlaufs des Patienten und das Symbol wechselt auf orange. Die Parametereinstellungen oder die Morphologie des Patienten und die Schaltflächen zur Höheneinstellung der Spalte wechseln ebenfalls auf orange. Zubehörbenachrichtigung Erscheint auf der Benutzeroberfläche, wenn das korrekte Positionierungszubehör nicht mit einer Erfassung übereinstimmt. Sie färbt sich blau, wenn das Positionierungszubehör nicht entfernt wird und die Schläfenstützen nicht horizontal gedreht werden. Bereitanzeiger Schwarz zeigt an, dass das Gerät nicht aufnahmebereit ist. Orange zeigt an, dass das Gerät die Aufnahme vorbereitet. Grün zeigt die Aufnahmebereitschaft des Gerätes an. Warnung Leuchtet auf, wenn ein Problem mit dem Gerät besteht oder wenn besondere Aufmerksamkeit erforderlich ist. Sehen Sie im Benutzerhandbuch nach, wenn dieses Symbol leuchtet. Ionisierende Strahlung Warnt Sie vor Strahlungsgefahren. Blau zeigt die Aktivierung von Röntgenstrahlung an. Grau zeigt an, dass Röntgenstrahlen deaktiviert sind. Menü Ermöglicht den Zugriff auf folgende Untermenüs. Allgemeine Einstellungen DICOM-Einstellungen Zurücksetzen auf Werkseinstellungen Patientenakte Herunterfahren bzw. Neustarten und Info Hinweis Alle Funktionen mit Ausnahme der Höhenverstellung der Einheit können über das Touchscreen-Bedienfeld und über die Benutzeroberfläche der Arbeitsstation ausgeführt werden. Beide zeigen Fehlermeldungen und Betriebsparameter an. Verwenden des Fernröntgensystems Erste Schritte Wichtig! Nach jedem Gebrauch des Geräts müssen alle Teile, die mit dem Patienten in Kontakt gekommen sein könnten, desinfiziert werden. Weitere Informationen zur Desinfektion und Gerätepflege finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Bildgebungssystems. Nach dem Zugriff auf die Patientenakte auf das Fernröntgensymbol klicken, um auf die Fernröntgenaufnahmeoberfläche zuzugreifen. Die folgende Abbildung wird auf dem Touchscreen-Bedienfeld und auf dem Hauptcomputermonitor angezeigt. Auf dem Touchscreen-Bedienfeld das Patienteneingabesymbol drücken, um den Arm in Position zu schwenken. Am feststehenden Arm sämtliches Positionierungszubehör entfernen und die Kopfklemmen durch Ziehen und Drehen nach außen absenken. Wenn die folgende Abbildung verschwindet, ist die Fernröntgenaufnahmeoberfläche einsatzbereit. Erfassen einer lateralen Fernröntgenaufnahme Positionieren des Patienten Auf dem Touchscreen-Bedienfeld das Programmsymbol Lateral und die Volumengröße auswählen. Den Patiententypen auswählen. Den Bildgebungsmodus Schnell- oder Hochauflösend auswählen. Wenn die Standardparametereinstellung nicht für den Patiententyp angepasst wurde, auf das Symbol Parameter klicken und die Parameter einstellen. Um die Parametereinstellungen zu speichern, klicken Sie auf Als Standard speichern. Die Kopfklemmen manuell entsprechend der Anzahl der Klicks und in die Richtung drehen, die auf der Positionsanzeige auf dem Touchscreen-Bedienfeld angezeigt wird. Hinweis Bei korrekter Positionierung der Kopfklemme erscheint die Positionsanzeige nicht. Sind die Kopfklemmen richtig eingestellt, wird das Symbol grün und zeigt damit an, dass das Fernröntgengerät für die Bilderfassung bereit ist. Hinweis Vor der Aufnahme von Röntgenbildern sicherstellen, dass alle Metallobjekte in die Schmuckablage gelegt sind und dem Patienten eine Bleiweste angelegt wurde. Sicherstellen, dass die Kopfklemmenschiene vollständig geöffnet und mit einer Ohrmuschelhülle abgedeckt ist. Nicht an der Unterseite der Kopfklemme ziehen. Nachdem sich das Gerät auf der richtigen Höhe befindet, den Patienten bitten, den Untersuchungsbereich des Gerätes zu betreten. Die Kopfklemmen langsam schließen. Danach den Nationbügel absenken. Den Nationbügel ausrichten und den Kopf des Patienten nach der Frankfurter Horizontalen ausrichten. Den Scan aufnehmen. Erfassen einer frontalen AP Fernröntgenaufnahme Positionieren des Patienten Auf dem Touchscreen-Bedienfeld das Programmsymbol Frontal AP und die Volumengröße auswählen. Den Patiententypen auswählen. Den Bildgebungsmodus Schnell- oder Hochauflösend auswählen. Wenn die Standard-Parameter-Einstellung nicht für den Patiententyp angepasst wurde, auf das Symbol Parameter klicken und die Parameter einstellen. Um die Parameter zu speichern, klicken Sie auf Als Standard speichern. Die Kopfklemmen manuell entsprechend der Anzahl der Klicks und in die Richtung drehen, die auf der Positionsanzeige auf dem Touchscreen-Bedienfeld angezeigt wird. Hinweis Bei korrekter Positionierung der Kopfklemme erscheint die Positionsanzeige nicht. Sind die Kopfklemmen richtig eingestellt, wird das Symbol grün und zeigt damit an, dass das Fernröntgengerät für die Bilderfassung bereit ist. Hinweis Vor der Aufnahme von Röntgenbildern sicherstellen, dass alle Metallobjekte in die Schmuckablage gelegt sind und dem Patienten eine Bleiweste angelegt wurde. Sicherstellen, dass die Kopfklemmenschiene vollständig geöffnet und mit einer Ohrmuschelhülle abgedeckt ist. Nicht an der Unterseite der Kopfklemme ziehen. Nachdem sich das Gerät auf der richtigen Höhe befindet, den Patienten bitten, den Untersuchungsbereich des Gerätes zu betreten und die Kopfklemmen langsam zu schließen. Danach den Nationbügel absenken. Den Nationbügel ausrichten und den Kopf des Patienten nach der Frankfurter Horizontalen ausrichten. Den Scan aufnehmen. Erfassen einer frontalen PA-Fernröntgenaufnahme. Positionieren des Patienten. Auf dem Touchscreen-Bedienfeld das Programmsymbol Frontal-PA und die Volumengröße auswählen. Den Patiententypen auswählen. Den Bildgebungsmodus Schnell- oder Hochauflösend auswählen. Wenn die Standardparametereinstellung nicht für den Patiententyp angepasst wurde, auf das Symbol Parameter klicken und die Parameter einstellen. Um die Parametereinstellungen zu speichern, klicken Sie auf Als Standard speichern. Die Kopfklemmen manuell entsprechend der Anzahl der Klicks und in die Richtung drehen, die auf der Positionsanzeige auf dem Touchscreen-Bedienfeld angezeigt wird. Hinweis! Bei korrekter Positionierung der Kopfklemme erscheint die Positionsanzeige nicht. Sind die Kopfklemmen richtig eingestellt, wird das Symbol grün und zeigt damit an, dass das Fernröntgengerät für die Bilderfassung bereit ist. Hinweis! Vor der Aufnahme von Röntgenbildern sicherstellen, dass alle Metallobjekte in die Schmuckablage gelegt sind und dem Patienten eine Bleiweste angelegt wurde. Sicherstellen, dass die Kopfklemmenschiene vollständig geöffnet und mit einer Ohrmuschelhülle abgedeckt ist. Nicht an der Unterseite der Kopfklemme ziehen. Nachdem sich das Gerät auf der richtigen Höhe befindet, den Patienten bitten, den Untersuchungsbereich des Gerätes zu betreten. Die Kopfklemmen langsam schließen. Den Scan aufnehmen Erfassen einer schrägen Fernröntgenaufnahme Positionierung des Patienten Auf dem Touchscreen-Bedienfeld das Programmsymbol Oblig, Schräg und die Volumengröße auswählen. Den Patiententypen auswählen Den Bildgebungsmodus Schnell- oder Hochauflösend auswählen Wenn die Standard-Parameter-Einstellung nicht für den Patiententyp angepasst wurde, auf das Symbol Parameter klicken und die Parameter einstellen. Um die Parameter-Einstellungen zu speichern, klicken Sie auf Als Standard speichern. Die Kopfklemmen manuell entsprechend der Anzahl der Klicks und in die Richtung drehen, die auf der Positionsanzeige auf dem Touchscreen-Bedienfeld angezeigt wird. Hinweis Bei korrekter Positionierung der Kopfklemme erscheint die Positionsanzeige nicht. Sind die Kopfklemmen richtig eingestellt, wird das Symbol grün und zeigt damit an, dass das Fernröntgengerät für die Bilderfassung bereit ist. Hinweis Vor der Aufnahme von Röntgenbildern sicherstellen, dass alle Metallobjekte in die Schmuckablage gelegt sind und dem Patienten eine Bleiweste angelegt wurde. Sicherstellen, dass die Kopfklemmenschiene vollständig geöffnet und mit einer Ohrmuschelhülle abgedeckt ist. Nicht an der Unterseite der Kopfklemme ziehen. Nachdem sich das Gerät auf der richtigen Höhe befindet, den Patienten bitten, den Untersuchungsbereich des Gerätes zu betreten und die Kopfklemmen langsam zu schließen. Den Nationenbügel ausrichten und den Kopf des Patienten nach der Frankfurter Horizontalen ausrichten. Den Scan aufnehmen Erfassen einer Submento-Vertex-Fernröntgenaufnahme Positionieren des Patienten Auf dem Touchscreen-Bedienfeld das Programmsymbol Submento-Vertex und die Volumengröße auswählen. Den Patiententypen auswählen Den Bildgebungsmodus schnell- oder hochauflösend auswählen Wenn die Standardparameter-Einstellung nicht für den Patiententyp angepasst wurde, auf das Symbol Parameter klicken und die Parameter einstellen. Um die Parameter-Einstellungen zu speichern, klicken Sie auf Als Standard speichern. Die Kopfklemmen manuell entsprechend der Anzahl der Klicks und in die Richtung drehen, die auf der Positionsanzeige auf dem Touchscreen-Bedienfeld angezeigt wird. Hinweis Bei korrekter Positionierung der Kopfklemme erscheint die Positionsanzeige nicht. Sind die Kopfklemmen richtig eingestellt, wird das Symbol grün und zeigt damit an, dass das Fernröntgengerät für die Bilderfassung bereit ist. Hinweis Vor der Aufnahme von Röntgenbildern sicherstellen, dass alle Metallobjekte in die Schmuckablage gelegt sind und dem Patienten eine Bleiweste angelegt wurde. Sicherstellen, dass die Kopfklemmenschiene vollständig geöffnet und mit einer Ohrmuschelhülle abgedeckt ist. Hinweis Nicht an der Unterseite der Kopfklemme ziehen. Nachdem sich das Gerät auf der richtigen Höhe befindet, den Patienten bitten, den Untersuchungsbereich des Gerätes zu betreten. Die Kopfklemmen langsam schließen. Den Kopf des Patienten ausrichten Den Scan aufnehmen Erfassen einer Handwurzelaufnahme Positionieren des Patienten Auf dem Touchscreen-Bedienfeld das Programmsymbol Karpus und die Volumengröße auswählen Den Patiententypen auswählen Die zu scannende Hand auswählen, links oder rechts Den Bildgebungsmodus schnell oder hochauflösend auswählen Wenn die Standardparameter-Einstellung nicht für den Patiententyp angepasst wurde, auf das Symbol Parameter klicken und die Parameter einstellen. Um die Parameter-Einstellungen zu speichern, klicken Sie auf Als Standard speichern. Die Kopfklemmen manuell entsprechend der Anzahl der Klicks und in die Richtung drehen, die auf der Positionsanzeige auf dem Touchscreen-Bedienfeld angezeigt wird. Hinweis Bei korrekter Positionierung der Kopfklemme erscheint die Positionsanzeige nicht. Zum Einsetzen der Handwurzeltafel den Deckel entfernen und die Handwurzeltafel in den Schlitz der magnetischen Handwurzeltafel drücken. Sind die Kopfklemmen richtig eingestellt und die Handwurzeltafel eingelegt, wird das Symbol grün und zeigt damit an, dass das Fernröntgengerät für die Bilderfassung bereit ist. Hinweis Vor der Aufnahme von Röntgenbildern sicherstellen, dass alle Metallobjekte in die Schmuckablage gelegt sind und dem Patienten eine Bleiweste angelegt wurde. Kinder müssen eine Bleischürze mit einem Schilddrüsenschutz tragen. Zum Einsetzen der Handwurzeltafel den Deckel entfernen und die Handwurzeltafel in den Schlitz der magnetischen Handwurzeltafel drücken. Den Patienten bitten, sich neben das Fernröntgengerät zu stellen. Den Patienten bitten, die Hand vollständig zu öffnen und flach auf die Handwurzeltafel zu legen. Sicherstellen, dass sich Hand, Handgelenk und Unterarm in einer vertikalen Position befinden. Den Scan aufnehmen. Damit ist die aufgezeichnete Schulung, Verwendung des Fernröntgenmoduls mit dem CS9600 abgeschlossen. Die Handwurzeltafel